Servus zusammen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich befinde mich in Mittenwald und es geht heute zum Isau-Ursprung. Interessante Tour und wir sind insgesamt vier Leute. Würde ein Heidenspaß, würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir mittlerweile kurz vor dem Isar-Ursprung und haben hier eine traumhafte Kulisse. Also hier ist wirklich alles geboten, was die Natur bereithält. Eine wunderbare Strecke geht jetzt immer leicht bergauf, also wirklich locker zu schaffen. Mit dem E-Bike, was wir hier haben und wir sind gespannt auf den Isar-Ursprung. Wir haben die Isar-Quelle 1 erreicht. Bilder und so habt ihr ja gesehen. Wirklich romantischer Platz, kann man sagen. Und darauf trinke ich jetzt erst mal gutes Isar-Wasser. Schmeckt hervorragend. Ich sehe euch wohl wieder an despert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.